Was geht ab, meine lieben Freunde, euer Öni hier und herzlich willkommen zum nächsten God of War Let's Play. Ja Freunde, euer Öni ist wieder zurück aus London und wir machen weiter mit God of War, Alter. Ich habe das Spiel ja jetzt, glaube ich, fünf Tage nicht gezockt oder vier, weil ich ja die Zeit in London gewesen bin. Ich habe die Videos vorproduziert gehabt, habe natürlich auch ein paar Kommentare von euch durchgelesen in den letzten Folgen. Und ja, ich muss sagen, ein paar Leute haben mir in die Kommentare geschrieben, dass ich einige Kisten übersehen habe. Einige lieber hätte einsammeln sollen und ein paar Sachen noch nicht so ganz verstehe. Ja, das stimmt auf jeden Fall, Leute. Es tut mir leid, aber ich mache das garantiert nicht extra. Es ist das erste Mal wirklich, dass ich so eine Art von Story-Spiel spiele, wo man halt auf solche Sachen achten muss. Weil ich habe halt sonst Story-Spiele gespielt wie The Walking Dead, wie Uncharted und all sowas. Und da muss man auf solche Sachen nicht achten. Deshalb ist das alles auch ein bisschen Neuland für mich, sage ich mal. Ich muss mich da erstmal reinfinden, aber wir werden das gemeinsam schaffen. Und ja, ihr habt mir hier unsere Tipps und alles in die Kommentare geschrieben. Und ich würde sagen, mach jetzt erstmal die Musik aus und es ist 3, 2, 1. Ein Krieger, Kratos, mit seinem Sohn Atreus, ergibt sich zu einer Reise. Okay, das reicht. Alles klar. Das letzte Mal haben wir nämlich hier aufgehört, wo wir erstmal gerätselt haben, wie es überhaupt weitergeht. Da waren wir in diesem komischen Schlitz hier drin. Und ja, ich habe euch gefragt, was ihr sehen wollt, was ich aufrüsten soll. Wir gehen jetzt erstmal hier weiter, wir gucken uns das Ganze an. Also wir können jetzt hier einfach mal alles frei, wild, wie wir wollen, aufbessern, sagen wir mal. Wir gucken einfach hier, Fernkampf haben wir hier, die ganzen Sachen. Ich würde sagen, wir fangen einfach ganz vorne an bei den Waffen. So, das ist unsere Axt. Hier können wir die ganzen Sachen aufbessern mit Viereck. Da haben wir ja, wir haben 6, das könnt ihr gerade nicht sehen, aber hier oben sind 6000 XP-Punkte. Und jetzt schauen wir mal, was wir hier von nehmen. Wir haben das hier gerade ausgerüstet. Das ist auf Stufe 2. Und das ist halt, das ist alles Stufe 2. Und wir können das hier auf Stufe 3 aufbessern, wenn wir das schon haben. Sagen wir, das machen wir auch einfach mal, oder Leute? Komm, das kostet 4000, ne? Aber dieser Runenangriff ist eigentlich schon stabil. Deshalb machen wir das einfach auch mal. So, verbessern, 4 gedrückt erhalten. So, jetzt haben wir aber nur noch 1800, aber wir haben dafür jetzt 2 Schaden, 3 Betäubungen. Jetzt gehen wir mal weiter. Also ich mach das einfach jetzt frei, wie ich es möchte, frei nach Schnauze. Ähm, so, das haben wir hier Frost. Das würde Frost auf 5 machen. Also die einfrieren. Oder wir haben das hier, das wird Frost allen weitermachen. Halten Sie R2 gedrückt, um bis zu 2 Frost-Schadenwellen aufzu... Ja, machen wir das auf Level 2 und das auf Level 2. Wir können oben rechts die Attacken sehen. Oben rechts, ihr könnt es gerade nicht sehen. Das ist so ein Schlag in den Boden. Und das andere ist halt dieser Sperrwurf. Ich glaub, der ist cooler. Wir machen mal den hier. Wir verbessern einfach mal den hier. Jetzt haben wir nur noch 300 Punkte. Und jetzt haben wir noch hier bei Rüstung. Warte mal, wir gucken uns erstmal alles hier in Ruhe an. So. Also, zu den Plätzen. Warte mal, ich guck mir das mal an. Aus Platz entfernen. Ja, ich muss mir jetzt erstmal alles hier genauer angucken. Es gibt hier echt viele, viele Sachen, auf die man achten muss, Leute. Wir fangen jetzt einfach mal hier an mit der Brust. So, wir haben jetzt gerade Wildschwein-Schulterschutz ausgewählt. So, wenn wir jetzt das auswählen würden, Leute. Das könnt ihr jetzt gerade nicht sehen. Warte, ich mach mal kurz die Facecam aus, damit ihr auch versteht, was ich meine, Leute. Weil, ähm, paar Sachen tun jetzt hier zum Beispiel einige Sachen zurück. Zurück, zurückschicken. Hier, guck mal, das haben wir ausgewählt. So ist alles, wie es jetzt ist. Wenn ich jetzt dieses Hescher-Waffenrock nehmen würde, dann würden wir zwar Abwehr plus 2 kriegen, aber dafür wird die Stärke um 17 runtergehen und die Runen auch. Wisst ihr, wie ich meine? Und hier genauso, es geht alles runter. Deshalb ist das schon das Beste, was wir ausgewählt haben, würde ich jetzt mal so sagen. Also rein logisch gesehen. Und hier überall auch. Also, ich hab schon das ausgewählt, was eigentlich am sinnvollsten wäre. Das würde uns zwar vielleicht mehr Abwehr geben, mehr Abklingzeit, aber dafür minus 9 in der Stärke. Und, warte mal, sortieren nach Seltenheit können wir machen. Und wir können hier, ähm, vergleichen. Auch vergleichen ziehen zwischen den ganzen anderen. Ja. Ja, also ich denke mal, so sollte das jetzt erstmal passen. Für unseren Sohn, Andreas, können wir leider noch nichts auswählen. Hier unten, was ist das hier? Hölzener Angriff. Ja, sonst schreibt ihr mir mal auch noch Tipps und so in die Kommentare rein. Aber ich mach das garantiert nicht extra, Leute, wenn ich immer was übersehe oder sonst was. Also bitte verzeiht mir da in der Hinsicht. So, hier können wir auch noch, ja, das können wir auch alles verbessern hier. Das hätten wir vielleicht auch machen können. Das sind die Fähigkeiten hier. Aber dafür haben wir jetzt keine Punkte mehr. Das haben wir gekauft. Das können wir nicht kaufen, weil wir dazu keine XP-Punkte haben. Hier auch nicht. Da fehlt uns ein bisschen was. Ah ja, wir lassen das jetzt erstmal so, Leute. Ich weiß jetzt auch nicht, wie wir das am besten verbessern sollen. Wie wir da am besten vorgehen. Deshalb schreibt ihr mir mal in die Kommentare. Eigentlich wollte ich da erstmal auf eure Kommentare hören. Aber wir lassen das jetzt erstmal so. Und machen hier weiter mit der Story, Alter. Im letzten Mal komplett gerätselt, Digga. Wo sind wir hier gelandet? Im Kern. Digga, also jetzt wird's... Alter, was geht denn da die Wände hoch, ey? Ei, ei, ei. Sag mal, wenn wir es zum Licht schaffen, wie kriegen wir es dann in den Bifest? Die Hexe meinte, wir sollen reingehen. Hat sie? Als sie aus dieser Welt gerissen wurde. Oh, hab ich das verpasst? Hier war ihre Sicherheit wichtiger als unser Ziel. Ah! Oh mein Gott, Alter! Was ist das denn? Ich hab ihn. Digga, was ist das denn? Digga, was ist das denn? Alter, hab ich mich grad erschrocken. Heiliger Bim Bam, Leute. Heiliger Bim Bam. Das wird knapp. Bleib ganz in meiner Nähe, Junge. Das werde ich. Genau, eins wollte ich noch sagen. Es haben auch ein paar geschrieben, dass ich da von dieser Startinsel, ne, wo wir aussuchen können, wo wir hin sollen, zu ein paar verschiedenen Orten noch hinfahren soll. Also das Spiel wirklich als Neueinsteiger, wenn man zum ersten Mal God of War spielt, ist es natürlich etwas schwierig für einen, die Story so nachzuvollziehen. Deshalb sollten wir uns auch mal vielleicht im nächsten Video am Anfang so eine kleine Vorgeschichte anschauen von Kratos und sowas. Wäre wirklich, denke ich, am besten, wenn wir das machen würden, Leute. Weil ich will euch auch nicht hier irgendwie irgendwas vorspielen oder sonst was. Wenn ich was nicht weiß, dann sage ich das auch. Und, ähm, ja, wir schauen einfach mal. Aber eine Sache vorweg, ich will das Spiel natürlich nicht durchrushen, aber ich will auch nicht jetzt wirklich jede einzelne Nebenmission machen. So, wisst ihr, wie ich meine? Ich gebe ehrlich zu, Leute, ich habe jetzt insgesamt sieben God of War Videos hochgeladen, wovon vier demonetarisiert wurden, weil sie zu brutal waren oder sonst irgendwas. Also da verdiene ich keinen Cent mit, ne, damit ihr es nur schon mal wisst, Leute. Und die Videos machen auch, ja, circa 20.000 bis 30.000 Klicks. Aber, ja, damit wollte ich euch nur mal sagen, ich mache mit dem Video eigentlich so gut wie gar kein Geld, damit ihr Bescheid wisst. Ich mache das einfach, weil ihr das Spiel sehen wollt, weil ich auch Spaß dran habe und das ist das Wichtigste. Und wenn ich mal was nicht begreife oder nicht checke, dann beleidigt mich nicht, sondern versucht mich zu unterstützen, mir Tipps zu geben. Wisst ihr, wie ich meine? So, ich mache das quasi nicht für umsonst, das Spiel, aber ihr wisst, was ich meine. Also, ich verstehe es auch nicht. Warum das, äh, demonetarisiert wird so. Ohne Sinn, das Spiel ist zwar brutal, aber... Oha, was ist das denn für... Zurück. Oh mein Gott, Alter. Oh, fuck. Junge, 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 Junge. Ja, wir sind fast am Ziel, aber wir müssen aufpassen. Verstanden? Licht von Alfheim. Ei, 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 ei. Boah, Leute, ich habe mich schon zweimal jetzt erschrocken, Alter, von diesen Spider-Man-Monstern, äh. Junge, Junge, Junge. Den Stock zerstören und das Licht nehmen. Alles klar. Meine Güte. Wo war denn unsere Axt gewesen, Alter? Da, wenn es fällt, sei bereit. Wir müssen schnell sein. Ist gut. So, jetzt Kreis. Krittet das wieder ein. Ja, jetzt geht's los. Action, Action, meine Fiction. Oha. Da sind sie. Bleib hinter mir und schütze unsere Flanke. Jawohl. Jetzt geht's los, Leute. Der Kampf. Boah. Boah, Junge, habt ihr das gesehen? Direkt alle auseinandergenommen mit der neuen Attacke. Und jetzt nochmal. Ja, bam, Junge. Das sind unsere neun verbesserten Attacken, Leute. Let's get up. Bam, Junge. In eine Fresse rein. Die sind ja direkt tot, die Gegner. Zack. Komm her. Es sind nicht zu viele, Mann. Wir kriegen alles hin, Leute. Boah, wie viele das sind, Alter. Das sind echt viele. Ah, mit L1-Kreis können wir unser Leben aufladen. Das habt ihr auch in die Kommentare geschrieben. Okay, Leute. Okay. Wir warten, bis sich unsere Energie auflegt. Und jetzt. Und jetzt. Wow, wow. Alter, fuck. Boah. So, jetzt geht's ab, Leute. Jetzt geht's ab. Bam. Boah. Digga, wie viele die sind, ne? Immer schön kontern. Alter, wie viele, Mann. Wie bei der Matrix hier. Neo gegen alle. Zack, zack. So. Boah, Junge. Tausend Leute greifen mich an. Schieß weiter, Junge. Ich mach uns den Weg rein. Ja, genau. Wir müssen mit den Pfeilen Atreus helfen. Beziehungsweise er muss uns helfen. Gleich haben wir wieder unsere Attacken. Zack. Komm, Atreus. Schieß auf sie drauf. Genau so. Lenk sie ab. Lenk sie ab, mein Lieber. Und jetzt. Okay, ihr wollt es so. Jetzt kriegt ihr es so. Bam, Junge. Boah, Junge. Was für ein geiler Kampf hier, Alter. Wir räumen den Weg auf. Es sind viele Schiele. Und du schießt nicht vorbei. Ja, ich spiel die ganze Zeit auf Viereck, damit Atreus schießt, Leute. Ey, fuck. Was geht hier ab, Mann? Digga. Wir müssen irgendwie vorbei. Die Musik ist auch grad mega geil. Fuck, Mann. Die greifen mich alle an. So, komm. Wirf mal die Axt hier. Zack. So, ein bisschen Action mit der Axt hier. Komm her. So, räumen wir damit auch mal ein bisschen auf, oder, Leute? Zack, in deine Fresse. Bam, in deine Fresse. Zack. Und jetzt. Bam, Junge. Jetzt kommt nur der Saiyajin-Modus. Boom. Huh, huh, huh. Stuff. 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 Wir räumen den Weg auf hier. Oh, Leute. Guck euch das an, Alter. Wie krank, Mann. Wie krank. Eieieiei. Komm, Leute. Fuck. Wirf, wirf. Boah, das nimmt kein Ende mehr. Fuck, Leute. Fuck. Zack, gekontert. Zack. Wow, wow. Und jetzt nochmal hier. Oh, fuck. Bam, Junge. Leute, das macht grad Bock hier, ne? Ohne Witz. Das macht grad richtig Bock. Fuck, fuck, fuck. Wir müssen unser Leben aufladen mit L1-Kreis. Oh, 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 Digga. Es werden zu viele. Es werden zu viele. Ich werfe einfach mein Schwert ein bisschen. Das tutet ihr direkt, Mann. Das ist so overpowered, ne? Zack. Wenn man noch das Schwert zurückzieht, ne? Das bringt richtig viel. Beziehungsweise die Axt. Laber ich denn da. Träumen wir ein bisschen auf hier, ne? So, erstmal unsere Energie aufladen. So, Gesundheitsschub. Bam. Wir müssen doch vielleicht vorankommen, Leute. Wir chillen hier zu viel. Es kommt immer mehr. Zack. Wir brauchen nochmal den Saiyajin-Modus gleich. Komm, Atreos. Schieß, Bruder. Schieß. Schieß, Bruder. Das ist unser Sohn. Ei, 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 ei. Oh, fuck, Mann, Alter. Leute, Leute, Leute. Das geht hier ab. Das geht richtig ab hier. Und jetzt räube ich ein bisschen auf hier, Alter. Uah. Kommt alle her. Wow, wow, wow. R2. Jetzt geht's ab. Leute, komm, mach R2. 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 Jawohl. Warn, Junge. Hu, hu, hu. Schnell, 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 schnell. Schnell, mach die Scheiße kaputt. Und jetzt Kreis, Kreis, Kreis. Drücken, 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 drücken. Ja. Boah, Leute, meine Finger, ne? Das war richtig krank, wenn das übertrieben Bock gemacht. Heiliger Bimber. Heiliger. Der Drücken aus Strahl, Bruder. Mehr als The Rock. Boah, Leute, Alter. Das war grad krass. Das war grad echt krass. Nein. Wow. Es ist wunderschön. Boah. Meine Finger, Alter. Verdammter Scheiße. Leute, wenn ihr grad dieses Video seht, ich bin wahrscheinlich am Livestreamen auf viel FIFA. Das Licht. Kommt alle rüber, deshalb. Es lässt den ganzen Tempel erscheinen. Es ist die Quelle von allem. Hey, es, es singt. Ich höre. Ich höre sie. Ich hab's dir doch gesagt. Ist sie denn da drin? Ah. Ah. Äh, das hat wehgetan. Als würde meine Hand brennen. Bleib hier. Aber ich will... Bleib... Hier. Bleib hier. Puh. Setz sie nur im Notfall ein. Oha. Du gibst mir deine Axt? Ich lass dich meine Axt halten. Sie ist kein Geschenk. Trotzdem. Und jetzt. Aaaaaah! Oha, Kreisgerück, Alter. Das sieht krass aus, Alter. Aaaaaah! Zwischen Himmel und Hölle, Alter. Alles schwarz-weiß geworden. Was ist das? Faye. Oh, hört mal die Musik. Du musst zurückkommen. Du hast mich allein gelassen. Atreus? Allein mit ihm. Hört mal für die Musik, ey. Es ist Gänsehaut, ey. Oh, fuck, Alter. Junge, Junge, Junge. Okay. Es sieht gerade aus wie bei Resident Evil Outlast 2 hier ein bisschen, finde ich, ey. Da ist das Licht. Ich kenne ihn nicht. Und er erkennt mich nicht. Er will es gar nicht. Ich bin stark. Ich bin schlau. Ich bin nicht das, wofür er mich hält. Ich bin nicht dumm. Oha, das ist Tor, Junge. Das ist Tor. Er spricht nicht mit mir. Bringt mir nichts bei. Er hätte es sein sollen. Hörst du mich? Er, nicht dich. Kranke Scheiße, Alter. Also, irgendwie, da bildet sich was ein oder der Sohn spricht gerade in dieses Licht hinein und... Guck mal, die ganzen Fische hier, ey. Eine ganz düstere Stimmung gerade hier, Leute. Eine ganz, ganz düstere Stimmung, ey. Das stimmt, ey. Kratos ist echt gemein zu seinem Sohn teilweise, ey. Er ist nur ein kleiner Junge und er macht ihn aufs Größte fertig. Aber wenn nicht, bitte komm zurück. Ich weiß, dass du da irgendwo bist. Jack, komm zurück. Jack. Aber dieses... Das hört sich voll geil an, Mann. Das Spiel hat so viele Facetten, das ist so... Ja, wirklich abwechslungsreich. Es macht wirklich Spaß. Und wenn das meiste... Fuck. Fuck. Hör zurück! Nein! Nein! Was hast du getan? Warum hast du das gemacht? Ich musste es tun. Du warst gefangen. Ich hab gewartet und gewartet, aber du kamst nicht zurück. Also zog ich dich raus. Junge! Ich war nur einen Moment... Furt. Furt. Nein! Du warst sehr, sehr lange, Furt. Ich musste nicht weiter. Du hast mich verlassen. Mal wieder! Bin ich dir egal? Ich? Das ist unmöglich. Wir sollten gehen, bevor die zurückkommen. Ich hoffe, du hast, was du brauchst. Junge, Junge, Junge. Hier geht die Post ab. Mal später, komm runter, ey! Sieh nur, der Ausgang. Aber das ist kein Licht für eine Brücke. Wir sitzen fest und die Bogensinne der Hexe ist nutzlos. Junge, dein Bogen. Halt ihn hoch. Geil. Sie haben Lichtpfeile erhalten. Schießen Sie auf Lichtkristalle, um diesen Alfheim-Licht zu verleihen. Sie haben Lichtpfeile erhalten. Schießen Sie auf Lichtkristalle, um diesen Alfheim-Licht zu verleihen. Okay. Da hinten zum Beispiel Licht... Auf mein Zeichen schießt du den Pfeil in den Stein. Ah, okay. Das ist das zum Beispiel, ein Stein, aber hier links... Ah, ne. Okay, das geht ja nicht hin. Ah, okay, okay. Jetzt können wir unseren Rückweg antreten. Komm. Das sind diese Pfeile, die wir auch mit der Hexe hatten, die er uns geschickt hat. Da vorne ist ein Lichtpristall. Er liegt einfach da. Vielleicht hilft er uns, diesen blöden Ort zu verlassen. Jetzt ist die Frage, Leute. Tun wir den hier rein, weil da oben ist eine Kiste, ne. Die nehmen wir definitiv mit. Dann können wir den vielleicht wandern lassen, den Stein. Einmal da hin, einmal da hin. Jetzt haben wir da oben den Weg. Das heißt, wir können hier lang gehen. Vielleicht liegt hier auch noch irgendwo was. Ne, liegt nichts mehr. So, dann gehen wir mal die Kiste da hinten nehmen. Oh, Junge. Aber erstes Spiel macht Bock, Leute. Keine Frage. So, jetzt schauen wir mal, was wir hier Schönes drin haben. Okay. Wir haben Zersplitter des Herz von Alpha im seltenen Zauber. Reduziert linkischen Schaden durch Angriffe von Dunkelein um 12%. Maximal 36%. Okay. So, jetzt würde ich sagen, können wir da runter und den Lichtstein zu dem anderen Brocken hinpacken. Kann er den rausnehmen? Ja, easy. Die Frage ist, ob wir jetzt nochmal da drauf ballern müssen oder ob das schon quasi jetzt noch zählt von dem ersten Schuss davor. Ja, lasst uns mal echt die Kratos-Vorgeschichte angucken. So, die wichtigsten Sachen, Leute. Können wir entweder zusammen machen oder wir machen es, ähm, getrennt. Ich gucke es mir alleine an. So, wisst ihr, ich meine, wie ihr wollt. Aber ich denke mal, viele interessiert das auch nochmal von euch. Die wissen auch nicht mehr zu 100% Bescheid. Und ich weiß ja vor allem fast gar nichts, sozusagen, ne. Ich höre wieder irgendwas. Oh nein, nicht diese Scheißdinger, Alter. Ich hasse diese Dinger, ne. Die facken die so ab, ey. Die sind aber sofort tot, ey. Zack. XP 40 erhalten. So, wir schauen jetzt mal weiter. Da drüben haben wir schon mal einen Lichtkristall, den wir aktivieren können. Dann können wir da rüber. Aber von wo sind wir jetzt gekommen? Da sind wir hergekommen. Okay. Und wir können einmal da lang. Hier lang geht es noch nicht. Aber hier. Was hat das jetzt ausgerüstet? Ne, es geht wieder zu. Das heißt, da sind mehrere. Da ist irgendwas geblockt. Aber die Frage ist, wo ist das zweite zum Öffnen? Hier nicht. Deshalb würde ich vorschlagen, wir gehen erstmal den Weg lang, den wir da vorhin gesehen haben, mit dem anderen Lichtkristall. Da schießen wir einfach mal drauf. Ah, da haben wir noch welche. Seht ihr das hier? Da haben wir noch welche. Die wir durchtrennen können mit der Axt. Aber das ist unmöglich von hier. Deshalb gehen wir da erstmal jetzt rüber. Voll geil, diese Brücken, Alter. Ich hätte aber voll... Oh mein Gott. Komm her, innerne Fresse. Oha. Was ist denn los mit dem? Warum ist er so ummotiviert? Stuck. Okay. Die wollen es wirklich wissen, ne? Aber irgendwie sind die stärker. Kann das sein? Oha, der ist ja richtig motiviert. So, komm her. Und weg bist du. Ciao. Wo ist denn der andere hin? Ah, da ganz hinten ist er. Mit seinen Schüssen. Zack. Und sein Rücken. Komm her, komm her, komm her. Zack, zack. Bam, bam. Jürgen, der weicht aber schon schnell aus. Und tschüss. Meint ihr, der stirbt? Ja, der ist tot. Ich dachte, die können fliegen, Alter. Aber fliegt gerne nicht wieder hoch. Warum kommt unser Sohn nicht rüber, würde ich mal gerne wissen. Was ist die Sache? Wie machen wir das jetzt genau am besten? Das ist, glaube ich, auch wieder ein kleines Rätsel. Egal, wir machen erstmal alles hier. So, jetzt könnten wir von hier theoretisch das kaputt schießen. Endlich. Jetzt kann ich den Kristall zum Leuchten bringen. Ja. Machen wir uns auf den Weg zurück nach oben. Okay. So, wo ist der Kristall? Da oben. Schieß drauf, mein Lieber. Okay. Hat sich da dieser Weg geöffnet. Aber da ist auch noch was. Seht ihr das hier? Was hat uns das jetzt gemacht? Ah, okay. Jetzt hat er den Weg freigeschaltet. Ja, perfekt. Okay, wir müssen ja auch hier lang. Dann passt das, okay? Wie gesagt, ich versuche die Folgen immer so 40 Minuten ungefähr zu halten, Leute. Mal mehr, mal weniger. Das schauen wir einfach noch. Ja, springt ja nicht. Hö? Der will ja nicht. Ah, jetzt, okay. Na, musst du da immer hingucken. Das war der Fehler. So, welcher Weg? Der Weg war das, ne? Ja. Ah. Zack. Zack. Aber die sind jetzt zehnmal stärker, ne? Als die von gerade. Bam. Zack. Guck mal, wie die schnuppen, Alter. Was ist denn los mit denen? Den haben wir. Bam. 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 Atreos, schau drauf. Zack. Mit R3. Er macht immer so Finisher-Moves, ne? Zack. Und jetzt haut er den Ding drauf. Bam. Bam. Er nimmt die komplett aus. Ey, der ballert mal. Hallo, werden da geballert? Ich baller wie Pollo und ich baller die Gegner von gestern. Komm her. Zack. 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 Der ist der Richtmotiv in seiner Teleposition. Zack. 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 Boah, einfach ins Licht schlagen, dann sind die auch schon weg. So, Leute, jetzt ist die Sache. Wart mal. Ich glaube, wir sind gerade diesen Weg gegangen, oder? Ne, ne, ne. Das ist der richtige Weg. Wir sind gerade also den anderen da gegangen. Dann sollte das jetzt hier passen, oder? Warte mal. Dann gehen wir nochmal hier hoch, dann verbessern sie ihre... So, wir gucken jetzt mal eben. Was haben wir jetzt hier? Also, wir können hier runter. Ne, 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 da waren wir doch schon. Da waren wir schon. Wir gehen deshalb den anderen Weg mal. Genau, da haben wir ja auch hingeschossen. Ich bin ja komplett falsch. Meine Güte. Wir sind noch ein bisschen durcheinander, Leute. So, also, dann haben wir diesen Weg und dann können wir da oben höchstwahrscheinlich raus. What the fuck is this, man? Come on, look at this, my friend. Look at this. Watch out for this. Aber hier ist eine schöne Kiste. Hey. Boah, überall kommen diese scheiß Gegner. Digga. Willst du mich verarschen? Wie viel die schlucken, ne? Leute, guck euch das mal an, Alter. Wie greift man die denn am besten an? Das ist nicht so einfach gegen die hier irgendwie. Egal, ich mache einfach mal Rage-Move gegen die. Oder jetzt kriegen die mal den Zorn zu spüren. Das ist da. Ah. Verschwinden ja einfach. Egal jetzt. Boah. Und nochmal. Und tschüss. Alle weg. So, beide weg. Machen wir jetzt vorher nochmal die Kiste hier auf. Ja, genau. Ihr meint ja auch, es soll zum Schmied gehen. Zum Schmied. Da können wir nämlich unsere Waffen verbessern, ey. Ja, es sind so viele Sachen. Auf einmal leichter Runenangriff. Ein weit, weit, weitschwingender Angriff, der mittelschweren Frostschaden verursacht. Im Menüanzeigen, okay? So. Utgar-Typ. Den können wir nehmen. Ey, Digga, wenn wir das 7000 XP... Was zur Hölle ist denn hier los? Wir hatten doch gerade 1500 oder hat er das nicht übernommen? Warte mal. Wir haben jetzt diesen Utgar-Typ. Ja, ich würde sagen, wir nehmen das hier dazu. Diesen Sturm. Den verbessern wir mal. Wir verbessern das auch. Und Frost verbessern wir. So, okay. Jetzt haben wir alles verbessert. Aber wir müssen das ja auch auswählen, ne? Das ist die Sache, was ist am... Also, für mich ist das Wichtigste eigentlich der Schaden. Machen wir mal diesen Jörg-Strom. Halten Sie 1 gedrückt, um die Anzahl der Drehungen zu erhöhen. Okay, Jörg-Strom L1, R1 gedrückt halten. Ein schneller, routiner Nahkampfangriff. Machen wir den mal. So, bei Fähigkeiten haben wir hier auch bei den... Warte mal, bei den Bögen. Ah, okay. Jetzt haben wir hier auch mal was. So, jetzt haben wir hier Lichtpfeile erhöhen. Den Schwächungseffekt bei Gegnern. Ja, das ist gut. Das machen wir. So, das haben wir. Wir können aber noch hier... Atreus hilft Kratos, wenn Hilfe in bestimmten Angriffen... Das ist, glaube ich, gut, wenn wir Atreus ein paar Sachen erledigen lassen. Kann eine Reihe von Gegnern Betäubung schaden. Ein Wirkörner... Wenn Kratos... Ja, okay, das ist auch richtig schlecht. Wenn Gegner in bestimmten... Ja, komm, mach mal das. Komm. Das kostet ja alles nicht viel. Wir kaufen das mal alles einfach. Ist dann aber auch alles ausgeregt? Ja, okay. Die hat man dann alle. Alles klar. So, hier haben wir aber auch noch ein paar Sachen. So, was nehmen wir denn hier von? Tippen Sie zweimal, um den Gegner durch den Block durchzudurchbrechen. Ja, das ist gut. Das ist sehr gut. Das brauchen wir unbedingt. Weil die Gegner sind ja auch viel am Blocken gerade. Und... Somit können wir die halt nicht... Ähm... ...deren Deckung durchblow stechen. Halten Sie beim Ausweich mit dem bloßen Händen. Links hin nach vorne für einen schnellen Angriff. Okay. Jetzt haben wir erstmal keine Punkte mehr. Jetzt haben wir erstmal alles genug aufgerüstet. Und das passt jetzt auch, denke ich, erstmal. Wie gesagt, schreibt ihr mal in die Kommentare. Oha, fuck. Also da kommen wir jetzt schon mal nicht durch. Das heißt, wir müssen wieder ein bisschen rätseln. Ein bisschen rätseln. Ei, ei, ei. So, wir schauen uns mal jetzt hier um. Da oben haben wir was. Aha, das ist so ganz easy, Leute. Und unser Sohn sagt gerade, es geht da nicht weiter. Ja, hier bringe ich den hin. Wohin sonst? Das ist, glaube ich, ein Buchstabe oder was ist das? Ich schieße mal drauf. Junge. Man muss wieder die Schriften lesen. Mal wollen wir unser Leben ein bisschen aufladen. Was steht da drin? Neue Wissensmarkierung. Okay. Okay, nehmen wir das Leben hin. Ich würde sagen, wir können hier weiter. Wir haben alles eingesammelt auf dem Weg. Was passiert mit Falten hast du da oben eigentlich? Oh, sieh nur. Die blaue Tür, die keine Tür ist. Und eine Sandschale. Aber wie soll ich denn da rankommen? Was bedeutet das? Samen. Samen? Trägt dir die Form ein? Ja, ich weiß. Okay, jetzt hast du eine bestimmte Form. So, wir haben also hier erstmal einen Weg. Wir gehen mal hier lang. Ja, Leute, wie gesagt, wenn ich ab und zu was übersehen sollte, seid mir da bitte nicht böse. Ich gebe immer mein Bestes. Und wenn ich manchmal ein bisschen verpeilt bin, dann bin ich halt so. Da kann ich nichts machen. So bin ich halt, Leute. Das hat aber nichts damit zu tun, dass ich dumm bin oder sonst was. Ich bin halt ab und zu manchmal ein bisschen verpeilt. So. Okay, also da habe ich jetzt erstmal gar nichts gesehen. Wir können das hier nämlich durchtrennen. Die Sache ist aber nur wie, ne? Ich weiß, vielleicht so. Moment. Alle gleichzeitig gehen nicht. Aber das check ich nicht. Der weiß, der ist so eine kleine Barriere. Statt ist, dass die einfach rüberspringen. So, das check ich nicht. Das sind so Sachen, die für mich ein bisschen unrealistisch sind. Aber, ja. Das ist einfach nicht mal... Da passiert ja nichts, wenn er das berührt oder so. Das hätte ja auch ganz easy einfach hochgehen können. Wir schauen uns hier mal um. Ich glaube, hier müsste irgendwas sein. Da ist schon mal eine Kiste. Sogar auch eine mit... Eine Dingskiste, ne? Eine... Wie ist die Runenkiste oder was? Wie habt ihr das genannt? Irgendwie so über den Namen, glaube ich. Diese Kisten, wo diese drei Buchstaben sind. So. Also ich sehe gerade bisher absolut nichts, ne? Wir sind hier hoch. Ah, okay. Da haben wir auch. Okay. Zack. Das haben wir. Dann haben wir das jetzt. Und das da hinten irgendwie noch. Oh, da kommt der nicht hin, Mann. So. Er kommt da hin. Dann wie kommen wir zur Kiste? Das ist die andere Sache. Kommt der da hoch? So, warte mal. Also wir können hier diese... Dann müssen wir die einfach, glaube ich, hochbringen. Die Kiste da von da unten. Ne, oder? Das sollte ja gehen. Wenn das geht. Ja, perfekt. Dann ist alles easy. Dann holen wir uns gleich mal direkt diese Runenkiste da. Weil die habe ich ja, ab dir gesagt, viele übersehen. Leute, ich bin doch ziemlich müde. Ich bin ja gestern erst aus London gekommen. Ich bin schon ein bisschen kaputt, ey. Das sieht man hoffentlich nicht. Aber doch, wird man sehen. Ich bin ein bisschen müde. Aber ja, ich habe mein Ding gehalten, Leute. Ich werde jeden Tag, jeden zweiten Tag Good of War bringen. Und wir schauen einfach mal. So, mal gucken, was erstmal das da reicht. Ah, alles easy. Okay, dann können wir uns schon mal ganz easy die schöne Runenkiste... wiederholen. Das wird ganz easy. Dann haben wir ja gerade schon freigeschaltet. So, eins, zwei, drei. Letzter. Zack. Dann noch hier. Zack. Und da hinten. Zack. So, dann jetzt laufen wir rüber, 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 rüber. Ach, ganz... Ach, scheiße, die ist mir die Kiste. Ja, okay, warten wir noch mal. So, let's go. Ey, wo ist denn jetzt der dritte, Mann? Ey. Okay, wir machen es so wie vorhin. Leute, nur, dass ich direkt mal in die Mitte renne jetzt. Zack. Nein. So, let's go. Und jetzt mit R2. So, und jetzt schnell. Go. Das sind die wichtigsten Kisten, Leute. Das sind die allerwichtigsten Kisten, habe ich dir gesagt. So, Horn mit Blutmint. Legendär. Sie haben zwei der drei Hörner mit Blutmint gesammelt, die sie zur Erhöhung ihrer maximalen Rage benötigen. Okay. Das heißt, eins brauchen wir, dann haben wir unsere maximale Rage. Jetzt schauen wir erst mal, was hier so ist. So, da liegt was. Ja, geil. Hier geht es nicht runter. Achso, was ist das jetzt hier gebracht? Vielleicht können wir von hier das Ganze durchwerfen. Wenn das jetzt geht, Leute, das wäre geil. Aber ich denke mal schon, dass das klappt, oder? Ja, ja. Ja, ja. Örni hat es geschafft. Ja, das finde ich cool mit diesem leichten Rätseln immer. Das finde ich geil, Mann. Das macht übertrieben Bock. Macht richtig Laune. So. Okay. Dann packen wir das jetzt hier hin. Schießen drauf. Jetzt kannst du die Schale erreichen. So. Jetzt kannst du die Schale erreichen. So. Also, wir müssen jetzt. Warte mal. Wie kommen wir denn jetzt da am besten hoch? Jetzt kannst du die Schale erreichen. Ja, wie kommen wir da jetzt hoch? Verdammte Scheiße. So, wenn wir jetzt. Moment. Wartet mal. Ist auch kein Weg nach oben, ne? Bin ich jetzt irgendwie blind, oder was? Gehen wir jetzt endlich. Unser Sohn nervt ganz schön, ne? Merkt ihr das, Leute? So. Also, wir gehen jetzt mal wieder hier hoch. Wie zur Hölle. Ach, da ist ein Weg. Oder was soll das bedeuten? Ja. Ja, okay. Das habe ich gerade nicht gesehen. Jetzt geht unser Sohn da hin. Weil der passt ja nur da durch, wir nicht. Ah, jetzt kann er das drehen, oder? Was kann er da machen? Lies vor. Höchster Baum, noch größter Mann, fangen größer als ich an. Ja, Samen ist richtig. Dämliche Rätsel. Samen. Also, es ist doch eine Tür. Eine Tür. Eine Tür. Die wir jetzt betreten werden. Halt die Gefolge mal. Oh mein Gott. Was ist das denn? Zwischen Himmel und Hölle, Alter. Das sind die Elben aus Herr der Ringe. Also, ich verbinde viel mit Herr der Ringe, wenn ich das Spiel irgendwie spiele. Ich weiß nicht, warum. Ich bin ein riesen Herr der Ringe-Fan. So geil, diese Filme, ne? Schreibt mir in die Kommentare, wer auch Herr der Ringe feiert. Sieht doch schon cool aus hier. Zum Boot zurückkehren. Der mit dem Hörnern ist wieder da. Was will er denn jetzt? Was will der, hä? Okay, wir schauen uns erstmal um. Da oben haben wir ein Lichtkristall, den wir aktivieren können. Da hinten haben wir nichts. Ja, fuck. Hier sind wir hergekommen, Leute. Ah, ihr habt schon recht. Ich habe einige Kisten übersehen, Mann. Fuck. Ich hoffe, das wird am Ende uns nicht den Kopf kosten, sag ich mal. Nein. Äh, ist so. Na, fuck. Vielleicht können wir die jetzt nochmal einsammeln. Wir gehen da nochmal runter. Ich schau da nochmal, Leute. Ich schau da nochmal. Also, wenn ich ein paar übersehen sollte. Ja, fuck. Ist ein bisschen blöd, weil das macht ja unsere Gesundheit besser und sowas. Und das ist wichtig. Vor allem, wenn die Gegner immer besser werden und stärker. Dann brauchen wir natürlich dementsprechend auch gutes Leben und gute Attacken, ne? Keine Frage. Kriegspolter. So, Artefakte 2 von 6 gefunden. Im endlosen Krieg zwischen Licht- und Dunkelalben wurden viele beeindruckende Relikte zurückgelassen. Wir sollten alle mitnehmen, die wir sehen. Brock zahlt ein bestimmtes gutes Hacksilber dafür. Okay, also ich meine, die sind in den Shop da. So. Okay, da haben wir eine Türe. Ich schaue erstmal nochmal überall mich um. Von hier aus geht das nicht wieder nach oben. Ich weiß. Okay, so. Da haben wir noch eine Kiste. Siehst du, die hätte ich zum Beispiel jetzt nicht mitbekommen, wenn es einfach gerade ausgegangen wäre. Aber in diesen Kisten ist meistens nur dieses Hacksilber drin, ne? Aber besser als gar nichts. Da waren wir drin. Wir fahren hier mal durch die Tür. Heiliger Bimbab. Na toll. Jetzt sehe ich kaum noch was. Es gibt Licht. Das muss reichen. Ah! Ey! Keine Freude, bringen Sie zur Strecke! Quatsch. Katja, fühle mich ja geschrocken, Alter. Schieß sie ab. Erstmal diese scheiß Könige müssen wir durch. Okay, die ist weg, die ist weg. So, von hinten kam noch irgendwas. Da. Ist noch eine. Komm, die holen wir uns jetzt. Komm, so. Schieß, schieß. Ja, wollte ich nicht hierbleiben. Schieß so. Ja, okay. Die haben wir. Wie sollen wir hier ohne einen Kristall rüberkommen? Wir finden einen Kristall. Eieieieiei. Wir zocken noch ein bisschen weiter, Mann. Wir zocken noch weiter. Super. Da hinten ist der Kristall. So. Wir brauchen aber einen Kristall, den wir schleppen können. Damit wir den da reinpacken. Und da ist noch eine Kiste. Die können wir irgendwie bekommen, indem wir diese Sachen durchtrennen. Aber ich sehe gerade nichts zum durchtrennen. Ne. Okay, hier sind wir hergekommen. Wir gucken uns erstmal hier in Ruhe um, bevor wir da diesen Weg gehen. So, ihr meintet, wenn ich die Axt werfe und dann laufe, läuft der schneller. Ja, stimmt. Definitiv. Ja, der läuft echt schneller. Ja, das sind so Sachen, so Kleinigkeiten, die einem ein bisschen weiterhelfen. Definitiv. So. Okay. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal den Weg lang, wo wir es freigeschossen haben. Schauen erst mal, was uns hier erwartet. Okay. Was hat denn das zu bedeuten? Können wir ja nicht mal durch. Also hier können wir einfach absolut... Gehen wir jetzt endlich. ...gar nichts machen. Hier können wir echt nichts machen, Alter. Fuck. Ne. Das prallt ab. Also müssen wir wahrscheinlich zu der anderen Seite. Ich wirf einfach mein Schwert, meine Axt. Ich sag immer Schwert, warum sag ich Schwert, Leute, Alter. So, die Stelle machen wir auf jeden Fall noch und dann schauen wir weiter. So. Schieß mal drauf, so. Ah. Bam. Bam. Okay, hier haben wir definitiv das, was wir gleich machen können. Wie viel Leben die haben, ne? War das nur einer? Ja. Das war nur einer. So, jetzt ist aber die Sache, was hat das zu bedeuten? Das können wir uns mal drehen. Vielleicht mit einem Lichtkristall. Aber auch nicht. Wir stehen jetzt schon eine Weile hier. Bisschen Hacksilber bestimmt, ne? So, jetzt ist die Frage. Ähm. Wir bräuchten am besten einen Kristall, damit wir vielleicht diese Dinger hier aktivieren können. Aber welchen Kristall, ne? Welchen? Okay. Aber schauen wir uns erstmal in Ruhe hier oben. Also, es gibt hier einfach rein gar nichts, was wir machen können. Wir können diese Dinger drehen, aber ohne Licht scheint es nicht zu funktionieren. Deshalb gehen wir jetzt mal zurück. Ich brauche mal ein Schwert weg, damit wir schneller rennen. Na, hier geht's weiter. Oha. Seht ihr? In deiner Fresse etwas. Bam. Wo kommt der jetzt auf einmal am Platz? Ganz easy. In deiner Fresse. Boom. Den haben wir. Okay, da geht's nicht weiter. Hier geht die Kiste nicht auf. Und von hier sind wir eigentlich hergekommen, Leute. Deshalb bin ich gerade ein bisschen verzweifelt. Vielleicht übersehe ich auch gerade einfach nur was. Weil das so dunkel ist. Hä, Ausrede Nummer 1 ist so dunkel. Warte, wir gehen mal nochmal hier runter. Da brauchen wir den Kristall. Hier ist nichts. Okay, dann müsst ihr wahrscheinlich zurück, oder... Nein, da können wir auch nicht lang. Wir gehen mal zurück, Leute. Weil der Gegner ist ja gerade komischerweise gekommen, als wir den Weg zurückgegangen sind. So. Fuck, Alter. Wir brauchen einen Kristall. Also gerade bin ich schon so ein bisschen verzweifelt, Leute. Wenn ich ehrlich bin. Weil ich finde keinen Kristall. Wir brauchen einfach einen Kristall, den wir mitnehmen können. So, hier meinte er gerade, es geht nicht zurück. Vielleicht finden wir ja irgendwo einen. So. Ja, hier haben wir ja schon hier alles geöffnet. Und hier erinnere ich mich noch dran. So, hier wird es wahrscheinlich nicht weitergehen. Wir können aber mal trotzdem hier lang rennen. Vielleicht finden wir ja was. Warte, mal gucken wir mal. Nee, hier gibt es auch einfach gar nichts, Mann. Ja, Mann. Das ist jetzt eine geile Stelle, Leute. Weil wir ein bisschen rätseln müssen. Wir rätseln noch ein bisschen, dann schauen wir weiter. Also, es geht hier nicht runter. Es geht hier nicht hoch. Haben wir da vielleicht was? Nein, haben wir auch nicht. Das ist jetzt cool mit dem Rätseln. Bin mal gespannt, ob einer, wenn ihr gerade das Video schaut, weiß, wie es weitergeht. Der das noch nicht gespielt hat. Weil ich habe gerade absolut nichts gesehen. Und wenn wir es nicht weiter schaffen sollten, müssen wir ja pausieren. Was sagt, Leute? Lasst euch überraschen. Oder sollen wir nochmal hochfahren? Oder fährt er runter? Wir gucken nochmal. Ich drücke mal drauf. Ja, ne, hoch bringen uns jetzt eigentlich nichts, Leute. Ja, wir schauen einfach noch ein bisschen. Ein paar Minuten schauen wir noch. Und dann werde ich die Folge beenden. Ich würde sagen, wir machen nur so fünf Minuten ganz gechillt auf entspannter Basis. Alles cool, alles easy. Vielleicht haben wir ja oben irgendwas übersehen. So. Also, hier können wir nichts tun. Wir müssen auf jeden Fall nach da hinten hin. Dafür müssen wir hier alles erstmal erledigen. Da geht es zurück. Hier gibt es nichts. Da auch nichts. Da sind wir hergekommen. Und da geht es wahrscheinlich auch nicht mehr zurück. Also, hier müssen wir definitiv schon mal nicht hin. So. Was macht er da? Was geht hier noch nach links und rechts? Ja, ja. Ne? Ey, Digga. Wie geht es denn hier überall lang? Ne. Worauf wartest du? Was macht er da? Okay, wir gehen mal jetzt hier links und rechts runter, Leute. Irgendwo brauchen wir... Ah, da haben wir ja die Buchstaben. Aber ich glaube, die Kiste haben wir schon, oder? Die müssten wir haben. Haben wir die noch nicht? Ey, die haben wir einfach noch nicht, ne? Oder? Krass, die haben wir noch nicht. Okay, dann versuchen wir die mal zu bekommen. Also, wir haben hier C. Das C ist da hinten. Wir haben hier das R. Wir brauchen noch einen Buchstaben, das N. Die Sache ist, wo ist das N? Runter geht es hier nicht auf der Seite. Dann schauen wir mal hier lang. Ja. Wenn wir das jetzt heute nicht schaffen, Leute, ist ja kein Problem. Auch am nächsten Mal weiter. Ihr könnt mir Tipps geben, wie ich weitermachen muss. Oha, mein Handy ist runtergefallen. Mein Gott. Boah, ich bin gerade erschrocken. Ihr seht aus, als bereitet ihr euch auf eine lange Reise vor. Und hier ist auch der Schmied. Hier, Junge. Und was ist das? Hier ist eine Zauberin. Ihr Name ist Groa. Sie hatte Vision. Wollte Odi in ihr Buch? So. Wir schauen erst mal hier, ob wir noch diesen Buchstaben finden, Leute. Wir sind jetzt auch ein bisschen weit zurückgegangen. Wissen hinzugefügt. Aber ich würde sagen, an dieser Stelle können wir eigentlich pausieren. Weil dann können wir auch hier zum Schmied gehen, Leute. In Midgard liegt ein verlassener Tempel, den ein anderer Zwerg zu seinem Laden hat. Durch die Welten? Fafnir war ein... War bestimmt ein guter Wetzstein. Führt diese Geschichte irgendwo hin? Ja, das tut sie. Ich habe zufällig einen Zugangsstein zu Fafnirs Lagerraum. Dort findet ihr bestimmt was Nützliches. Super. Danke, Sindri. Aber gerne doch. Oh, und wenn ihr den Wetzstein findet... So. Zu Fafnirs Lagerraum gehen. Ah, okay. Das ist jetzt so eine... Vorsicht, wenn ihr den Lagerraum betretet... Das ist jetzt so eine Nebenmission, ne? Aber ja, jetzt könnt ihr mal hier in die Kommentare schreiben. Ich mache mal kurz... Wird dein Freund nicht böse, wenn wir alles stehlen? ...die Kamera aus. So, wir können hier Brustrüstung herstellen. Das kostet Hacksilber. Nein, das muss es nicht. Diese Dinge passieren, wenn man von Welt zu Welt reist und kostbare Artefakte sammelt, die einem gar nicht gehören. So. Wir können hier auf jeden Fall noch ein paar Sachen machen. Also schreibt es mal in die Kommentare, Leute. Wir haben ja 18.000 Hacksilber. Wir können hier auch noch mal ein paar Sachen machen. Hier auch. Zauber. Schreibt ihr mal in die Kommentare rein, Leute. Sorry, ich werde jetzt hier gerade die ganze Zeit angerufen. Das ist sehr wichtig. Ich werde da gleich zurückrufen. Fuck. Was mache ich jetzt gerade? Ja, das machen wir einfach, würde ich sagen, in der nächsten Folge. In der nächsten Folge machen wir das ganz easy, Leute. Deshalb, Freunde, beenden wir an dieser Stelle. Und schreibt mir auf jeden Fall, wo es weitergeht mit diesem scheiß Kristall. Wo es weitergeht mit diesem scheiß Kristall, weil ich hier nicht gefunden habe. Und wo wir dieses N finden, Alter. Wir brauchen hier noch dieses N. Dann haben wir alle, alle drei Sachen von dieser Kiste. Das ist die Sache. Vielleicht ist das auch in dem Pfaffnir's Lagerraum. Schreibt es mir in die Kommentare, Leute. Lasst einen Daumen nach oben auf diese Folge. Da hat auch wieder richtig viel Spaß gemacht. Wir müssen übertrieben rätseln hier. Ich weiß nicht, wo wir diesen dritten Scheiß, äh, diesen dritten Buchstaben bekommen. Wo wir diesen Stein herbekommen, Alter. Freunde, lasst einen Daumen nach oben da. Euer Önny ist raus. Nimmt's mir nicht übel, wenn ich ab und zu mal was übersehe. Ich mach's garantiert nicht extra. Ich wünsche euch allen einen schönen Tag. Übermorgen geht's weiter mit der nächsten Folge. Haut rein. Macht's gut. Und ciao.